Oh ja, wenn ich es nur ertragen könnte, allein zu sein, ich meine, vor mich hin zu quasseln, ohne dass mich eine Menschenseele hört. Nicht, dass ich mir einbilde, du hörst viel, Willi, nein, Gott bewahre. Es gibt vielleicht Tage, an denen du gar nichts hörst, aber auch Tage, an denen du antwortest, so dass ich mir jederzeit sagen kann, auch wenn du nicht antwortest und vielleicht nichts sagst. Etwas von all dem wird gehört, Willi. Das eben ermöglicht mir, weiterzumachen. Ich meine, weiterzureden. Wenn du hingegen sterben solltest, der alte Stil, oder weggingst und mich allein ließest, was würde ich dann tun? Was könnte ich dann tun? Den lieben langen Tag, ich meine, zwischen dem Klingeln zum Wecken und dem Klingeln zum Schlaf. Kurzweil seg coated. Zum Schlaf. Von Naja. Das war's für heute.